moin erst mal herzlich willkommen auf der krebach ist das super dass die map endlich draußen ist unsere ersten runden und niedrisch noch mal die sportlage fürs vorgewände aus ich sollte das gefahren ja wir sind auf der kreber unterwegs ich habe mir die dargerätschaften klein wenig umgebaut wie ihr seht ich habe hier den ganz kleinen gold starleiner als mittler schon die meinen ob ich damit zu zufrieden bin weiß noch nicht ich habe den mod das mal im einsatz aber wir gucken mal wenn der das nicht ist dann dann haben wir ja immer noch aus ich meine hat hier sind fünf meter arbeitsbreite also mal schauen aber es ganz putzig eigentlich nur sich hier drüben sitz hier rustikal aus und von daher eigentlich wirklich ganz putzig das gerät so ja sobald ich hier die erste runde durch habe würde ich dann auch gleich mal den etwa fahren lassen dann können wir uns ein bisschen anschauen was für geräte ich mir dann hier startgeräte mal geholt habe nur was ganz anderes bis auf eins ich hatte zuerst deutsch freisicht mir geholt aber mit dem kam ich irgendwie nicht zurecht der hatte irgendwie weiß ich nicht der war mir vom vom getriebe her war der jetzt so unruhig der war irgendwie nicht meine welt an sich finde ich den total cool den deutsch freisicht ist ja durchaus sehr schön konfigurierbar auch mit dem 100 140 ps oder so geht er aber ich kam einfach nicht mit dem mottler weil wie gesagt die schaltung war mir zu ihm immer wenn er rückwärts gefahren ist hat er 27 mal geschaltet oder in die richtige richtung fährt das war mir zu anstrengend so dann werden wir jetzt nochmal dann können wir uns umgelassen mal schräg reingehen so ja da ist sie also wie gesagt ich bin erlaubt begeistert dass die kräber da ist ich werde sie jetzt nehmen weile spielen und das hier auch soweit es geht im video dokumentieren mal wie es so läuft ich habe hier noch keine tiere am hof ihr seht das geld das ich oben habe das ist ein bisschen mehr als das startgeld aber ich habe auch noch nicht alle geräte gekauft ich habe hier den startfuhrpark sozusagen komplett verkauft habe einmal kabula kabula rasa gemacht ähm und ja alle gerätschaften die ich so für den start brauchte habe ich mal neu gebraucht das gucken wir uns jetzt gleich an sobald wir hier oben die zweite reihe gemacht haben also das zweite vorgewendet sobald das durch ist dann muss ich eh den anhänger holen wenn ich mal dann haben wir hafer auf dem feld das muss ja irgendwo hin dann kommen wir mal was der händler dazu sagt nicht der händler der helfer so der reinkir einen job zu machen der schwede der hat heute noch was vor dann machen wir schon mal so gut fertig und dann zwischen wir mal wir haben als weiteren traktor hier den case i h 14 55 xxl mehr in der größten ausführung damit der halte ich auch mit grubber und sehmaschine klar kommt so macht er auch tatsächlich diese maschine nimmt wir haben hier die kuhn sehmaschine neben dran und metal fach grubber hier hinten hinter ihm stehen dann haben wir als weiteren traktor das ist die gerätschaft die musste leider wieder rein weil wie gesagt ich hatte den freisicht erst und wollte eigentlich mit dem spielen aber den habe ich dann gegen den mb traktor getauscht und mit dem wollen wir auch mal direkt starten da haben wir auf der linken seite auch schon das hatte ich mit dem freisichtdeutschen fahren ein frontlader von hauer und eine schaufel von stoll und das wäre eigentlich so das ideale gewesen dummerweise habe ich jetzt im moment noch keinen frontlader trecker da muss ich mal gucken ob ich da noch etwas nettes finde vielleicht habe ich da was weiß auch nicht ob ich hier drei trecker am brauche am besten wenn natürlich nachher irgendwann sonnen ein radlader oder sowas in der art ja als anhänger habt ihr gerade gesehen hier krone emsland den wenn ich keinen zaun gefahren weil ich den emsland ins bild holen wollte den krone emsland als anhänger mit zwei achsen und also wechsel vorne dran haben sie alle aber der hier ist ja nach dem drehschimmel und eigentlich fahr ich kann nicht so gerne mit drehschimmel aber das muss ich jetzt mal ein bisschen testen hier mit dem mann ich wollte den anhänger unbedingt haben dann lässt sich auch schon konfigurieren und da wir hier überall durch fahrgruppen haben auch beim silo habe ich mir gedacht das könnte durchaus was werden und das ist auch ein schönes bild nach so man durch das schild durch gefahren sind schön matthias so ist eigentlich ein schönes bild ich war den maus das feld dann können wir das mal ein bisschen schöner in die aufnahme so das sieht doch schon mal ganz nett aus ich finde was der seite so groß noch besser als der heller ist sieht einfach cool aus nehmen wir auch mal mit screenshots kann man nicht genug haben und hier vor der berge bergigen man sagen feldbegrenzung sieht das sowieso sehr sehr cool aus so da kommt auch schon unser drescher da scheint aber noch ein klein wenig zu gebrauchten weil da ist auch nicht so viel jetzt auf dem feld drauf und das ist hier gesagt das startfeld und deshalb können wir mal parallel nehmen die hc losschicken das müssen wir nicht jetzt hier durchgehen genau haben wir zwei felder die sind abgeerntet ich weiß jetzt nicht ob man da grubbern muss ob sie geht auch der kleine ein bisschen hoch sogar auch merkwürdiger weg hier hat der juli extra so anwendig so hier oben waren die beiden felder im halb sozusagen im doppelsturz die wir uns auch beide gut mal gucken ja sieht ihr den nettle fachgruppe zwei geteilt ob es kommt in die kiste ein stromkasten mit einem feld sollten was das völlig verkehrt so darum ob wir damit einigermaßen klarkommen das kann man nur lassen ehrlich muss ein bisschen fühlen wie man sieht vor eilung der reifen der ist deutlich zu sehen also so 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 man so gewendet so wie es aussieht und da habe ich einen kleinen schlenker gemacht die müssen wir jetzt mal ausgleichen gerade sagen ja der ihc das kommt irgendwie aus einer französischen moderne die ganzen einstellungen die sind alle irgendwie französisch mich hier halt wie gesagt ein bisschen wundert ist dass der trotz der ps stärke die art so ein bisschen durchdrehen redner hat sie zumindest so aus natürlich noch nicht durchdrehen ist ein bisschen merkwürdig aber schauen wir mal wie sich das entwickelt noch der mähdrescher fährt erst mal mit neues getreide 92 prozent da kommen wir langsam mal uns auf den weg machen ja was haben wir noch ich habe noch ein düngerstreuer geholt und ich habe noch eine walze geholt die sowohl grünland als auch hagerland bearbeiten kann eine güttlerwalze die braucht glaube ich 80 ps und von daher gar nicht so wild so jetzt mal vorsicht freund mich einfach vorne von der bahn zu schubsen ist auch nicht fein denn da fällt hier ein so hält sie an hallo anhalten hallo das üben auch mal so geht das kann man jetzt nicht rückwärts mit dem manager hier fahren zwar nur das rohr auf der anderen seite ausgucken besonders gehen aber das kann ich mit fixen der mähdrescher denn gurke gut dann waren wir mal dass er eine kleine pause macht das nützt der mähdrescher fahrer sagt hier geht es lange ja was habe ich hier auf der gräber vor im grunde genommen ja erstmal erstmal starten und aufbauen gucken ob die geräte die ich hier jetzt an den hof geholt habe die richtigen sind langsam ein paar tierchen kaufen ich denke mal so 30 bis 40 hühnchen wenn die in den stahl passen das weiß ich jetzt gar nicht genau das kann man nicht mal gucken ob die tierchen da in den stahl passen im schalte was tun wir denn hier waren tiere und wir haben ja das bayerische hoch da haben wir nicht die hühnchen ja ich habe ihn noch an der moddingwelt die usa geschichte auch mit drauf als müsste eigentlich roll an die warte wenn es der ist ja der ist es das ist der hühner stall möchte ich gar nicht das ist der hühner stall da passen also 360 hühner rein das heißt und wir werden heute haben bei der produktion unserer eier schafstall haben wir auch das ist der hier da passen allerdings nur 25 ich meine ich hatte auf der auf der m krieg hatte ich glaube ich diesen schafstall hier ja mit der möglichkeit hat dort an der seite was einzulagern da hatte ich 65 tier und nur 25 wird ein bisschen wenig wolle geben denke ich mal aus dem mann muss das wird so jetzt auch der kleine freund der möchte gerne abgekrieg abgetankt werden und dann nun wegen noch mal die freude so macht ja so viel kommt jetzt hier von der fläche tatsächlich nicht runter aber das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet insofern alles prima das wie gesagt unsere erste folge hier auf der gräber wir starten mal relativ entspannt wenn ihr keine folge verpassen wollt ihr habt es gerade im bild gesehen dann lasst gerne ein abu da und vielleicht auch ein däumchen dann seid ihr auch in der nächsten folge mit dabei ich werde mal gucken ob ich das so weiter hinkriege wie aktuell denn ich habe den youtube kanal hier ja erst vor vier wochen gestartet und wenn ich ganz falsch liege habe ich tatsächlich jeden tag seitdem ein video veröffentlicht und manchmal sogar zwei das das ist tatsächlich ein tag den den kann ich so nicht durchhalten das macht mir im moment sehr viel spaß weil alles zusammenkommt ich habe irre viel in bild bearbeiten gelernt das mache ich mit gimp open source dann video einstellungen hier und video bearbeitung habe ich mir angeguckt sicherlich noch nicht perfekt noch ausbaufähig das war das mache ich mit davinci resolve ein sehr feines video editing tool freeware wenn man es richtig einstellt nimmt es auch die grafikkarte zum rendern also dann geht richtig was durch ein video das eine halbe stunde dreiviertel stunde lang ist das macht er in 20 minuten rendert er das hier mit meiner grafikkarte was tut er da oben ja noch da in davinci resolve habe ich halt eben auch ein paar sachen mir angeguckt und werden da jederzeit dazu auch wirklich tolle sachen machbar sowohl was schneiden angeht als auch übergänge reinbauen einblendungen machen die die einblendungen die ihr gerade gesehen habt die kam jetzt über obs aber die kann man genauso auch in davinci machen das funktioniert auch wunderbar wo willst du denn hin hallo kerlchen hast du drei halbe vergessen musst du dich noch abmähen oder was naja äh kann mir das jemand erklären was tut er da oben jetzt bist du fertig nachdem du dann noch mal reizverkehr gespielt hast oder was hier herrlich ich flippe aus das habe ich auch noch nie gesehen ähm ja öfter machen wir was neues im landwirtschaftssimulator so dann parken wir hier mal nebendran wenn denn äh mein mw truck auch mal bremsen möchte hier hat er drei halbe vergessen hat sie mal nicht mit gemäht also so ich sehe nichts ähm ich nehme die bäume weg mach das dann ja ok einmal den motorstagen rückwärts so so gut dann haben wir da schon mal die gäste weg nebendran ist das feld mit ähm mit diesem anderen zeus mit dem wie heißt das mit dem weizen gegangen so aber herrschen wir uns mal hier von der seite ran das ist glaube ich nicht ganz cool noch habe ich ich hab zu habe ich nicht ich war sicher ich hatte das vorhin gekauft na gut dann müssen wir uns da noch was überlegen dann kaufen wir das in der nächsten runde das ist doch aber nicht das problem ähm reinfahren so schneidwerk runter Pause gut dann würde ich sagen ab zum silo dann müssen wir hier hochfahren ähm gräbach äh kenne ich wie ähm im prinzip wie meine westentasche zumindest die straßen die damals noch in der obergräbach verbaut waren das ist ähm das geht halt auch hier voll aber gräbach war im ls 19 aber der anhänger schiebt irgendwie ganz schön das ist neu der ist aber auch nicht luftgebremst so jetzt muss ich nochmal ran fahren damit ich das da auch tatsächlich abkippen kann mal gucken wie der kippt das weiß ich nämlich abkippseite links ne du musst bitte nach rechts kippen kannst du aber auch nach hinten hinten kann er auch rauskippen das wollen wir uns jetzt mal an nach hinten rauskippen das so 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 wie gesagt ich bin kein mensch der gerne mit drehschimmeln fährt da habe ich irgendwie zwei linke hände normal anhänger so ein achsanhänger oder auch doppel doppel achsanhänger auch im realen leben überhaupt kein problem rückwärts fahren einmal mit ein bisschen korrigieren ja aber grundsätzlich nicht unbedingt das größte problem nur haben wohnwagen auch mit dem kann laufen rückwärts fahren was ich tue weil da so ein so ein mover eingebaut ist und da kann man dann auch zum platz rangieren das funktioniert auch wunderbar so dann wollen wir mal gucken dass wir hier gleich in der nächsten runde ein paar hühner kaufen dann wollen wir das feld noch kaufen und die hühner müssen natürlich auch gefüttert werden ohne gehen natürlich das ist der plan für die nächste runde ich würde jetzt erstmal sagen das war die erste folge krebach 2022 im ls 22 ich sage vielen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal rein guckt ein däumchen da lassen und vielleicht auch auf abonnieren klickt damit ihr keine folge verpasst und dann sehen wir uns beim nächsten mal macht's gut bleibt fit und munter euer pensionator tschüss